nicht gesehen. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ah! Yo, was geht, Leute? Mal wieder eine spontane Aufnahme. Da draußen warten nämlich so Hunde, die uns nicht rauslassen. Ich hab voll will nicht leben, Alter. Ich kann nicht helfen. Ja. Das war ein Hund, der haut ab. Merk's. Oh, der ist tot. Tiki! Oh, da ist noch einer vor dir. Komm rein, komm rein, die Tür ist offen. Ich seh nix, ich seh nix. Ja, 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 okay, okay. Scheißt, Tür. Alter. Ich guck gerade aus dem Fenster, warte. Der steht vor der Tür, der Hund. Haben wir ein Feuer? Feuer? Ein Lagerfeuer? Ja, wieso? Wo? Hier drin. Achso. Ich platziere einfach mal irgendwo, gell? Ja. Du kannst es da hinten hinstellen, äh, zwischen Schrank und Fenster. Aktuell kann ich gar nix, weil es hängt. Ah, deshalb, äh, suchen die nicht gerade nichts mehr. Alter! Ich kann gerade nicht setzen, es hängt. Es lagt übelhaut gerade. Oh Gott, wo bin ich? Was ist denn jetzt? Ja, schießen die gerade von unten uns ab? Was kackst du eigentlich in ins Wohnzimmer? Du hast angefangen. Kann ich den von hier ausschlagen? Stirbt und? Ich habe ihn gerade aus dem Maul von hier. Ja. Ach, gefällt es dir, hä? Da ist doch einer! Alter! Keine Bären mehr. Ja, ja, ja. Will ich noch mehr ausmachen? Komm doch her! Wir sind umzingelt von diesen Hunden. Wäre Fluffy hier, wird der Al in den Arsch aufreißen. Das ist, weil du mit dem scheiß Raptor hier hochgekommen bist. Entschuldigung, dass ich mal Leben rennen musste. Du hast die alle mitgebracht. Ich weiß. Ey, es ist leck. Wieso wollen wir den denn ins Haus lassen? Oh Gott, er ist im Haus! Oh Scheiße! Ungebetener Gast, töten! Okay, das war eigentlich so nicht klar. Alter, wieso leckt der selber so? Ich weiß es nicht. Ich brauche Fleisch. Ist da was? Gleich. Okay. Noch ein bisschen Holz. Ich gehe mal kurz die Lage abchecken. Ja. Wo ist denn der? Oh shit! Oh shit! Das Gekreische! Ah! Lass mich rein! Lass mich rein! Ist ein Raptor! Oh! Der nimmt gerade da unten unser Haus auseinander. Hat der schon ein paar Pfeiler gefickt? Nein. Oh, bin ich froh, dass wir das schnell gemacht haben vorhin. Alter! Als hätte ich's geahnt. Was machen wir jetzt? Ja, den müssen wir töten, ansonsten... Ja, auf jeden Fall. ...haben wir den wahrscheinlich für immer. Auf ewig. So, ich nehme hier mal ein bisschen Fleisch. Oder... ...wir stellen schnell Pfeil und Bogen her und zähmen den. Äh... Da kämpft jemand. Hörst du's? Ja. Irgendjemand fickt den gerade, kann das sein? Oh nein. Er fickt jemanden. Oh nein. Das geile Fleisch, verdammt. Okay, warte. Ich hab hier einen Mörser. Stell ihn irgendwo hin. Ja. Falls drauf. Vielleicht haben wir Glück. Und er hat uns vergessen... Ich glaube, den Arco-Bären... Er hat uns vergessen. Oh mein Gott. An sich müssen wir den echt zähmen, Alter. Oh Gott, der hat uns nicht vergessen. Hast du gerade unten die Tür aufgemacht? Nein, hab ich nicht. Der ist einfach durch die Tür... Hat der durchgeguckt mit seiner Hackfresse. Okay. Dann, äh... Müssen wir oben... Müssen... Aber ich hab... Ich hab nur so viele Arco-Bären... Für zwei Narkosemittel. Das war's. Ne, das reicht nicht. Ne. Ich brauch mindestens zehn. Kann ich einer von uns raus... Und Narko... Narkosemittel... Da haben wir... Da könnte einer. Willst du? Wo ist der gerade? Ich hab keine Ahnung. Okay, Kamikaze. Bin draußen. Was? Bin draußen und sammle Bären. Dein scheiß Ernst? Ja. Ich seh ihn nicht, ehrlich gesagt. Hörst du den? Ich höre ihn. Er ist bestimmt unterm Haus. Ja, okay. Der nimmt garantiert gerade... Oder er versucht, so ein Pfeil auseinanderzunehmen. Kannst du Pfeile herstellen? Hast du dafür irgendwas? Äh... Äh... Was braucht man nochmal? Ich höre ihn nicht mehr. Okay. Ich seh ihn auch nicht. Ehrlich gesagt. Ähm... Ich seh ihn gerade voll woanders hin. Der rennt gerade zum See nach unten. Nein. Oh Gott, im Himmel. Er hat mich gesehen. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Ah! Der Hohensohn. Du hast ihn mitgebracht. Der steckt fest. Hey, wir wollen ihn sehen jetzt. Was mit dir? Ich will ihn töten. Er ist ein Mistvieh. Einer übel. Wie viel habe ich denn? 20 Narkosemittel. Jetzt sind wir bei 6. Was braucht man für... Was braucht man für Pfeile? Feuersteinfasern. Wir haben alles da. Feuersteine haben wir nicht da. Natürlich. Echt? Ja. Ich mach schnell welche. Okay. Alter, wie schnell ist denn der? Sehr schnell. Guck mal, an sich. Guck mal. Ich bleib hier so, okay? Und du schießt den am besten ab. Bestimmt locker 10. Eigentlich. Und wie viel hast du? Narkosemittel? 6. Lass mal die auf den schießen. Weil im Internet stand, gell? Du darfst nicht Narkosemittel einfach so draufballern. Narkosefeile. Du musst einmal draufballern. Dann ein bisschen warten. Und dann nochmal. Okay. Also ich bleib jetzt hier. Vielleicht geht er nicht weg. Und du schießt einfach drauf. Hast du einen Bogen? Ich hab einen. Warte, warte, warte. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ich mach hier grad einen Schlachtplan. Ich will diesen Hund. Ja. Das klingt eher nach Panik als nach Schlachtplan. Ich fick ihn. Okay, her mit dem Narkosemittel. Okay. Warte, ich hab's grad fast... Wer hat ein Narkosemittel ist, der Mörser. Mörser. Ich hab's gar nicht. Brauchst du einen Bogen? Ich hab schon. Okay. Ganz ruhig. Du musst nicht in Panik aussprechen. Wenn wir Pech haben, haut er ab, ne? Ja, dann müssen wir aber hinterher, denn. Und wenn wir Pech haben, treff ich nicht. Du hast getroffen. Ist das auch ein Narkosefall? Ja. Okay. Was für ein Hurensohn. Verdammter Bastard. Der ist Level 80, by the way. Nein, nicht abhauen! Ah, fuck! Mach mal die Tür auf. Wo ist er? Ich seh' ihn nicht! Oh mein Gott, der rennt weg, der rennt weg. Warte, ich lock ihn wieder her. Der haut ab, der Hund! Verdammt! Ähm, stell du Narkosepfeile her. Ich verfolge ihn. Kann man Peile abbrechen, die man geladen hat? Ähm. Ich glaub, wenn du auf diese... Ich weiß es nicht. Nein, kann man nicht. Alter, wohin rennst du? Mann, wieso hab ich keine Narkosepfeile? Oh Gott, der kommt wieder. Oh Gott! Der hat mich verarscht. Der hat mich verarscht. Der will mich ficken. Will der mich ficken? Nein, der will ich nicht. Jetzt ist er schon wieder weggerannt. Ich weiß nicht, ob er... Oh ja, okay. Der kommt, der kommt, der kommt. Er kommt? Ja. Wo bist du? Ich komm glatt rein. Ich komm rein, ich komm rein. Oh shit! Mach auf, mach auf! Mach auf! Mach auf, mach auf! Mach auf! Hast du Pfeile? Ja. Ich guck, wo ist der? Wo ist der? Also ich hör ihn, aber ich seh ihn nicht. Ich hör ihn nicht. Der ist unterm Haus. Oder? Ja, der ist unterm Haus. Komm, Kutschi, 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 Kutschi. Der schlägt gerade gegen einen Pfeiler. Du kannst ihn einmal abschießen. Am besten die Tür raus, direkt links. Ausgerechnet den Holzpfeiler. So ein Arsch. Ja, übel, gell? Ist das der Richtige? Kommt er? Nein. Der rennt wieder weg. Bruder, jetzt betäub dich doch mal endlich. Was bist du für ein Hund? Irgendwie der rumspringt, der Wichser. Pass auf, bei dir so ein kleiner Pisser. Lauf außen rum. Ich seh ihn halt auch nicht mehr, ne? Der ist bei mir hier. Grün auf grün ist sowas von widerlich. Ja. Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Der bewegt sich voll dumm im Kreis. Alter. Wie viele Pfeile hast du noch? Keine mehr. Steinschleuder, 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 Steinschleuder. Stimmt! Wieso machen wir das eigentlich nicht? Holz und Leder brauche ich dafür. Fuck. Ich seh ihn nicht mehr. Okay, der ist hier. Wenn ich will, willst du ihn verfolgen, dann mache ich die Steinschleuder. Okay. Die kleinen Pisser, die hier rumrennen, machen mich auch ganz wuschig. Ja. Übel, Alter. Wie viele kleine Pisser rennen hier eigentlich rum? Genügend. Uh, ich habe die Tür offen gelassen. Oh nein. Was? Leder und Holz. Ja. Und Steine natürlich. Ja. Er ist unten am See. Mach dir auch eine. Ja. Der... Der geht schwimmen? Nein! Verdammt! Der schwimmt weg! Nein! Du Mist geworden! Dieser Penner! Also an sich will ich ihn in den Tod verfolgen. Ich verstehe halt nicht. Der hat garantiert sechs bis neun Betäubungspfeile in den Arsch gekriegt. Ja, ja, ja. Ich weiß. Wo ist der? Der geht... Der schwimmt auf die andere Seite, der Hund. Theoretisch bin ich für verfolgen. Ich bin auf jeden Fall für verfolgen. Entweder sterbe ich... Oder wir kriegen den immer. Scheißegal. Der ist immer noch im Wasser. Das ist ein Bastard, Hanno. Ich glaub's nicht. Alter, wohin schwimmst du, Pisser? Der schwimmt direkt in sein Leben, Alter. Was spielt der? Tja. Ich bin erschöpft. Was? Nicht genügend Ausdauer zum Schwimmen. Willst du mich verarschen? Echt jetzt? Ja, puf. Weißt du, wo der hinschwimmt, ey? Meine Ausdauer ist runter. Wenn ich Pech hab, sterbe ich jetzt. Echt jetzt? Ja, dann geh zurück, geh zurück. Scheiß drauf. Ich kann mich nicht bewegen. Gar nicht. Au. Ich hab'n Schlafsack im Haus. Hast du irgendwas Wichtiges bei dir? Ich ertrinke. Lol. Egal, dann stirb einfach. Hallo? Ja, du hast ja nichts Wichtiges bei dir, oder? Ich bin über Wasser und ertrinke trotzdem. Ne, das ergibt ungefähr keinen Sinn, Alter. Das ergibt keinen Sinn. Was ist das schon wieder für ein beknacktes Spiel? Das Bett wird nicht angezeigt. Oh mein Gott. Sag mir nicht, Schlafsack funktioniert nicht. Das Bett wird nicht angezeigt. Okay, dann funktioniert der Schlafsack wohl nicht. Kleiner Pisser. Kannst du dich endlich mal... Ertrunken bin ich auch noch nie. Ich glaube, es lag gerade. Kann das sein? Ja. Lecker. Ich werde dich nicht töten. Das ist mir scheißegal. Entweder töte ich dich. Es leckt so hart, dass ich jetzt gerade in den Haus reingesprungen bin. Okay. Ich hänge hier fest. Oh mein Gott, Alter. Ich habe einen T-Rex erschreckt. Ja. Ein T-Rex erfolgt mich. Ein T-Rex ist auf meinem Arsch. Und ich verhungere. Ich laufe nach Hause. Ja, ich schwimme gerade wieder weg. Das war ein Scherz, das weißt du, oder? Was soll ich hier sonst machen? Der nimmt uns das Haus auseinander. Achso, ja. Nee, ich bin voll weit weg. Als ob der mir folgt. Bis dahin. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ja, bin ich mir auch nicht so sicher. Ich verhungere. Ich verdurste. Ja. Warte, ich sterbe gleich. Der noch hinter mir? Nein. Glaube ich. Alter, dieser Raptor ist entkommen. Ich glaube es ja nicht. Ähm, ja. Mieser Bastard, Alter. So ein Penner. Mhm. Dann sind hier viele Viecher. Vielleicht finde ich hier so ein Lederviech und kann es auseinandernehmen. Ah ja, da ist sogar einer. Wo zur Hölle bin ich? Jetzt war ungelogen, dieser Server lag schon fucking hart. Alter, what the fuck? Was willst du machen? Ja, ich weiß. Aber das ist krasser als sonst immer. Oh scheiße, hier ist ein Fluffy. Bei dir? Ja. Oh mein Gott. Warte, wo bist du überhaupt? Keine Ahnung. Und meine Ausdauer ist raus. Oh Mami. Hat er mich gesehen? Nicht so aus. Scheiße. Alter Juli, dieses Vieh hat mir 92 Leder. Hier ist ein Vogelfieh. Aaaaaah. Nicht wieder nach Hause. Ich auch. Dieses fucking Territino, Sauer, Spacko, Mongo. Vor mein Eier, Digga. Fick dich selbst. Eine Mathilda? Ja. Okay, ich habe von diesem fetten Vieh, habe ich einfach 92 Leder und 76 Fleisch bekommen. Ähm, ich bin in einem rot leuchtenden Kreis. Okay. Was sagt dir das? Und habe keinen Plan, was hier los ist. Aaaaaah. Ich werde sterben. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Nein. Und wer jetzt getötet ist. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause, okay? Ich mache ein Bett, okay? Da kann ich das spawnen. Hm. Ja, Leute, das war es mit der Spontan-Folge. Juli ist schon wieder tot. Der fucking Raptor ist mir leider entwischt. Dieser Hurensohn. Ah. Jo. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.